Ich rechne ein Beispiel zum waagerechten Wurf durch. Da gibt es jetzt jemanden, der nimmt also an dieser Stelle Anlauf und springt ins Wasser. Er ist mutig. Die Höhe soll 10 Meter sein. Und er ist schnell. Diese Anlaufgeschwindigkeit hier, V0, soll 8 Meter pro Sekunde sein. Und dann frage ich mich mehrere Fragen. Und zwar, mit welcher Geschwindigkeit klatscht der jetzt hier ins Wasser auf? V ist gleich Fragezeichen. Und auch, mit welchen Winkel knallt er ins Wasser rein? Und wie weit kommt er? Das ist eigentlich die erste Frage hier. Das nenne ich jetzt mein X. X ist gleich Fragezeichen. Also wir haben gegeben, die Höhe H ist 10 Meter und V0 gleich 8 Meter pro Sekunde. Gesucht ist X, also die Weite. Kann man auch andere Buchstaben nehmen. V, die Gesamtgeschwindigkeit, mit der er ins Wasser knallt. Also hier, wo es dann so spritzt. Und der Auftreffwinkel Alpha. Und es gibt für dieses Problem eine fertige Formel. Die lautet Y ist gleich minus Bruchstrich G2V0 Quadrat mal X Quadrat. Ich werde die Formel am Ende vom Video herleiten. Für alle, die sich dafür noch interessieren, woher die kommt. Die lässt sich schön elegant herleiten. So, mit der Formel machen wir erst einmal das X. Zurück. Ja, ja genau. Das ist hier. Die Höhe H ist 10 und dann ist Y zurück. So, da sind wir. Ich lege hier mal ein Koordinatensystem rein. Also, hier ist der Nullpunkt vom Koordinatensystem. Und, nö, machen wir den Nullpunkt da oben. So. Hier ist das Koordinatensystem. Also, das ist X und das ist Y. Und diesen halben Meter, den schenkt man uns. Typisch Physiker, einfach runden. Und dann ist nämlich hier Y. Y gleich minus 10 Meter. So, darauf wollte ich hinaus. Ich brauche das, damit dieses Minus sich mit dem Minus rauskürzt. Sonst habe ich ein Problem in der Wurzel. Man kann natürlich auch schlampig sein und das einfach ignorieren, dieses Wurzelproblem. So, gesucht ist jetzt zuerst, also gesucht, X ist gleich Fragezeichen. Naja, und wir kennen. Wir kennen V0, wir kennen G, wir kennen Y. Also, einfach noch X auflösen. Ich habe X² gleich Bruchstrich Y, dann mal, also an der Stelle mal 2V0², mal 2V0² und dividiert durch G. Also, da unten ist dann ein G und ich habe noch irgendwo ein Minus, das ich aber mit dem Minus von dem Y dann wegkürzt. Kürzt, X ist dann die Wurzel aus. G ist 9,81. 9,81. Minus, Minus, 10 Meter mal 2 mal 8. Meter pro Sekunde in Klammern zum Quadrat. Hier Meter durch Sekunde Quadrat. Und bei mir kommen raus 11,4 Meter. So weit kommen wir. 10 Meter runter, 11 Meter nach vorne. Gut, nächstes. Ich brauche... Ja... Ich brauche Platz. So, an der Stelle. So. Mich interessiert Winkel und V. Und hier wird radiert. So, der knallt nämlich mit einer bestimmten Geschwindigkeit zurück. Zurück, schön sauber. Also, hier geht es ins Wasser rein. Mit einer Geschwindigkeit. Und ich stelle mir den waagerechten Wurf so vor, als gäbe es zwei Geschwindigkeiten, die es ja nicht gibt. Nämlich die senkrechte Geschwindigkeit und die waagerechte Geschwindigkeit. Ja, also das ist V, das ist quasi mein Vx und das ist V0. Ich arbeite hier immer ohne Reibung. Ja, ohne Luftreibung. Und die Luftreibung bedeutet, wenn der an dieser Stelle, noch ein bisschen mehr Platz, so. Also, wenn der an der Stelle mit 8 Meter pro Sekunde hier losspringt, hat er da unten immer noch 8 Meter pro Sekunde in die x-Richtung. Aber die y-Richtung, das ist Vy, also hier oben ist das Vy0. Ja, und dann wird er immer schneller, immer schneller in Vy-Richtung. Also, Vy wird immer größer, so, dieses Vy. Vy, Vy. Hier habe ich den freien Fall. Und am Schluss erhalte ich hier ein wunderschönes Rechteck. Und in dem Rechteck habe ich an der Stelle mein Alpha und an dieser Stelle mein V-Gesamt, das ich suche. Und das V0 ist da oben und das V0 ist auch nochmal da unten, weil es ein Rechteck sein soll. Weicht schief. Das heißt, mein Problem ist in diesem, ich kann jetzt hier, ich habe ja auch einen rechten Winkel in dem Rechteck. Und dann habe ich ein wunderschönes rechtswinkliges Dreieck, mit dem ich alles machen kann. Siehe, so dieses Dreieck, wenn ich nur Vy habe. Vy ist gleich Fragezeichen. Das ist jetzt mein Kernproblem. Wenn ich Vy habe, kommt an diesem, dann kommt hier die Geometrie. Und, also nochmal, so, V, zurück, so. Also, Vx, Doppelpunkt, Vx gleich V0, da habe ich die konstante Geschwindigkeit. Und Vy, da habe ich den freien Fall. Das heißt, es gibt die Formeln A gleich V, so, V durch T, S gleich 1,5 At Quadrat, V Quadrat gleich 2 As. All diese Formeln gelten. Und am besten ist für mich die letzte. V Quadrat ist 2 As. Die benutze ich, dann sage ich Vy Quadrat ist 2. Die Beschleunigung ist ja mein G. Und das S ist meine Höhe. Und damit bekomme ich Vy. Also Vy gleich Wurzel aus 2 G H. Und dann habe ich hier ein rechtwinkliges Dreieck. Und zwar dieses V. Ähm, das Rot. Dieses V bekomme ich über den Pythagoras. Hm, Platz. Platz schaffen, dann kann ich am Dreieck bleiben. Das hat jeder irgendwie verstanden, hoffe ich. Hoffe ich schwer, Platz schaffen. So, ähm, V Quadrat, also V Gesamt Quadrat ist Vy Quadrat plus V Null Quadrat. Das V Gesamt ist dann, äh, Vy, muss man mal ausrechnen, ähm, Vy, Vy gleich Wurzel aus. So, da haben wir es. Das ist schon noch wichtig. 2 G H, also 2, 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 10 Meter. Also Vy war bei mir 14, genau. 14 Meter durch Sekunde. Gut. Und jetzt können wir mit diesem Wissen darüber gehen zum Pythagoras. Also ich habe hier, ähm, 14 Meter durch Sekunde zum Quadrat. Das V0 war 8 Meter pro Sekunde zum, äh, das Quadrat ist hinten. Das ist keine Beschleunigung, so. Quadrat und die große Wurzel drüber. Und damit ist mein V Gesamt, die Geschwindigkeit, mit der er eintaucht, 16 Meter pro Sekunde. Genau, mal 3,6, dann hat man die kmh. So, Alpha ist der Tangens. Vielleicht, ist doch, genau, machen wir hier. Das ist alles weg. Ich mache das Dreieck so gern, das will ich stehen lassen. So, ähm, Tangens, Alpha gleich Gegenkathete durch Ankathete. Und ich habe an der Stelle das Alpha, dann ist das die Gegenkathete und das die Ankathete. Das heißt, bei mir gilt, ähm, Tangens, Alpha gleich, vor Y war 14 Meter pro Sekunde und das andere war 8 Meter pro Sekunde. Die Meter pro Sekunde, die kürzen sich hier alle weg. Und ich brauche, damit ich das Alpha bekomme, Alpha gleich Tangens hoch minus 1 von 14 Achtel. So, Alpha gleich 60 Grad. Also mit 60 Grad und 16 Meter pro Sekunde knallt er auf das Wasser und ist 11,4 Meter weit gekommen. Und für alle Interessierten leite ich jetzt noch schnell die fertige Formel her, die wir da benutzt haben. Also die, äh, das Wort. Genau, also diese Formel, hier sind wir, genau, also diese Formel. Und, ähm, wichtig ist eben die Grundidee. Ich habe jetzt in die X-Richtung ein V-Konstant. In die Y-Richtung habe ich die Bewegung, den freien Fall. Also in die X-Richtung. Da habe ich VX gleich S durch T und in dem Fall eben X durch T. Das ist der X-Weg. In die Y-Richtung nehme ich den freien Fall. Ich könnte A ist V hoch T nehmen. S gleich 1 halber T Quadrat. Und V Quadrat gleich 2 S. Also worauf ich Freude habe. Und ich habe Freude jetzt auf dieses Ding da. Es ist 1 halber T Quadrat. Und der Weg ist bei mir jetzt Y. Es geht nach unten, deswegen Minus Y gleich 1 halb. A ist die Beschleunigung. Das ist 9,81 mal T Quadrat. Und jetzt gibt es hier zwei Formeln. Ach, das obere schreibe ich nochmal schon da hin. VX. Ähm, ja, statt VX schreibe ich V0. Das ist ja üblicherweise. Also es ist, ich meine VX, aber ich schreibe V0. V0 gleich X durch T. Gut. Also. Eine Formel, zweite Formel und die müssen zusammen. Und die gehen zusammen, indem ich das obere nach T auflöse. Mal T. Dividiert durch V0. T gleich X durch V0. V0. Und diesen Babs nehme ich und setze ihn dann an die Stelle zurück. So. Und setze ihn hier für das T ein. Also bekomme ich. Minus Y, weil es bergab geht, ist 1 halb G, Klammer auf. Jetzt X durch V0 Quadrat. Minimal hübscher machen und dann ist die fertige Formel da. Y, also das Minus rüber, ist minus 1 halb G. X Quadrat durch V0 Quadrat. So ist so eine Bruchgeschichte. Y ist ein Bruch des 2 V0 Quadrat ist unten. Minus lasse ich vorne, gehe hier mal X Quadrat. Also es wäre schon das hier alles fertig und richtig. Es ist nur, das andere ist hübscher. Ist schöner. So, als endgültige Formel. Ich sehe nämlich, dass es eigentlich eine Parabel ist. Das ist sowas wie Y gleich 3 X Quadrat. Ah ja, mit Minus. Also eine nach unten geöffnete Parabel ist es. Oder eben Y gleich minus 1 halb X Quadrat. Einfach je nachdem, wie schnell dieser Anlauf ist. Umso, das, also das da vorne ist ja nur der Formfaktor, der sagt breite Parabel, weniger breite Parabel, schneller Läufer, weniger schneller Läufer. Und das war der ganze waagerechte Wurf.